Google baut, du addt KI in seine Workspaces ein. HTMX ist viel besser als React oder Angular. Wer damit noch seine Website baut, ist altmodisch. Lama 2 ist jetzt für Python-Code verfügbar. Python und Excel revolutioniert die Arbeit für Datenanalyste. Fremd ist AI und du musst nie wieder etwas anderes lernen. Generative KI bei Grafana. Halt! Einmal kurz lockerlassen und durchatmen. Alle diese Meldungen sind natürlich echte Nachrichten in nur den letzten paar Wochen gewesen. Alle diese Nachrichten sind krass und sie sind wahrscheinlich ziemlich überflüssig für dich. Viele auf meinem Kanal sind ITler und komplett überfordert mit der schieren Geschwindigkeit, mit der sich unser Feld gerade bewegt. Das war nur ein Zusammenschnitt der krassesten Nachrichten. Geht man da tiefer, gibt es doch zig weitere unglaubliche Entwicklungen, die nur in der letzten Woche entstanden sind. Mittlerweile habe ich wirklich keinen Tag, an dem ich Social Media durchscrolle und nicht denke, wow, das ist bahnbrechend, ich muss dazu ein Video machen. Und nein, das bezieht sich bei Gott nicht nur auf KI, sondern auf das gesamte Feld der IT. Neue Tools, Frameworks, Bibliotheken und sogar Sprachen. Es gab mal ein Meme, dass jede Sekunde ein neues JavaScript-Framework entsteht. Dann entsteht mittlerweile jede halbe Sekunde ein neues großes Update für irgendein großes Tool. Für Server-Adments gibt es gefühlt nicht ein wichtiges Tool wie Nginx, sondern 25 andere, die gleichzeitig laufen sollen und alles so einfach machen, dass man sich um nichts mehr kümmern muss. Also bis zum nächsten Tool natürlich. Und von KI brauche ich denke ich gar nicht erst anzufangen. Es gibt mittlerweile mehrere tausend Models für KI-generierte Bilder. Zig Lama 2 Models und noch mehr, obwohl das Lama 2 selbst erst ein paar Wochen alt ist. Und jetzt kommen Influencer, Journalisten und Privatpersonen und wollen euren Klick oder Like. Euren Klick auf den Artikel, wie man mit ChatGPT im Monat 5000 Dollar machen kann, wie man sein Leben in den Griff bekommt und fünfmal so schnell arbeiten kann. Aber sind wir mal ehrlich, von wer ChatGPT nicht benutzt wird zurückbleiben, sind wir mittlerweile bei ChatGPT ist alt. Hier sind 28 neue AI-Tools, die du unbedingt kennen musst, um überhaupt mitzukommen. Dabei sind wir mittlerweile angekommen und das in nur wenigen Wochen. Es wird Zeit, dass wir uns in Ruhe mal dieser Entwicklung widmen und was das wirklich für unseren Arbeitsalltag bedeutet. Apropos KI-Entwicklung in Ruhe betrachten. Ich darf auf der Job.io von GetInIT die Online-Messe wieder eröffnen, wo ich euch ein paar aktuelle Kniffe zeige, die ihr benutzen könnt, um solche Tools oder vor allem ein Tool effektiv bei euch zu integrieren. Das Event findet am 21.09. ab 14 Uhr statt und bietet euch zusätzlich zu Vorträgen, wie meinen, wieder die Möglichkeit, euch direkt mit eurem nächsten potenziellen Arbeitgeber zu vernetzen. Bei der Job.io mit dem Thema Softwareentwicklung. Ihr könnt dort auch euren Lebenslauf von Experten durchchecken lassen, denn ihr seid wirklich diejenigen, die etwas reißen können. Und deswegen suchen euch Arbeitgeber händeringend. Also schaut gerne vorbei. Wie gesagt, mein Vortrag und alles ist unten in der Beschreibung verlinkt. Okay, was ist jetzt aber dein Alltag? Je nachdem, was dein Arbeitsalltag ist, stehst du vielleicht an einer relativ speziellen Stelle. Mein Job ist es, für euch möglichst Videos zu erstellen, die euch viel bringen. Das kann zum einen Unterhaltung sein, ist aber eher selten mein Thema. Vielmehr will ich euch informieren über Dinge, die ihr lernen wollt oder die ihr lernen müsst. Euer Job ist es, entweder euer Studium gut hinzubekommen oder eure Ausbildung oder euch im Bereich der IT fortzubilden. Am Ende sind aber die meisten von euch vermutlich ITler oder auf dem Weg dahin. Aktuell sieht das, so wie ich das im Stream oder auf Instagram mitbekommen habe, bei euch aber eher so aus, dass ihr panisch alle Feeds, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, alles mögliche durchgeht, um auch wirklich nichts zu verpassen. Und ich bin ehrlich mit euch, ich mache zwei Stunden täglich nichts anderes. Und dann filtere ich, was für euch wirklich wichtig sein kann und was euch was bringt. Und natürlich verpasse ich große Entwicklungen, aber das macht aktuell wenig. Denn nur eine Woche später kommt das nächste Tool, das den Job besser macht, als das von der Woche davor. Und das hat System und Gründe. Aktuell ist KI, genauso wie übrigens Web-Frameworks oder auch DevOps-Frameworks sogar, also für unsere Arbeitsweise, das alles ist agil. Noch vor wenigen Jahren hat man Software nach einem Wasserfallmodell entworfen. Wir bauen Software, brennen sie auf eine CD und die verkaufen wir. Fertig. Dann gab es irgendwann die Möglichkeit, Patches einzuführen. Und plötzlich konnte man Software entwickeln, dann auf das Kundenfeedback eingehen und dann Patches nachreichen. Das ist agile Softwareentwicklung. Ja, und dann wurden plötzlich die ganzen Produkte Web-Anwendungen und plötzlich waren wir in der Softwareentwicklung bei DevOps angelangt, wo das Hosting am Ende immer wichtiger wurde. Die Art, wie wir arbeiten, macht also auch genau das. Sie verändert sich agil. Wir merken, oh, so wie wir arbeiten, ja, das können wir eigentlich besser machen. Wir haben ja Feedback für unsere Art, wie wir arbeiten. Man baut also das Feedback ein und versucht Probleme auszumerzen, um so noch besser arbeiten zu können. Web-Frameworks machen das genauso. Wir, also die Entwickler, die diese Frameworks nutzen, meckern, wenn irgendwas nicht so gut ist. Und die Entwickler der Web-Frameworks bauen das dann ein. Tools, die wir hosten, sind auch Softwareprodukte und verbessern sich damit auch iterativ. Und KI funktioniert genauso. Aber hier gibt es einen fundamentalen Unterschied. Für die Art, wie wir arbeiten, haben wir meistens jemanden im Team, der sich eben darum kümmert. Den Tech-Stack, also welche Frameworks und Tools wir nutzen, das entscheiden wir häufig am Anfang eines Projekts. Und das bleibt dann auch erstmal so. Bei KI ist das aktuell ein bisschen anders. KI ist ein richtig wilder Westen. Nichts hat sich etabliert. Nichts ist beständig. Chat-GPT wurde gefühlt schlechter. Bart bekommt im Dezember vermutlich ein krasses Update auf Gemini. Und hier ist irgendwie noch nicht so richtig fest. Weil es noch so viel gibt, das verbessert werden kann. Chat-GPT schaut sich bei Bart Dinge ab, was die gut gemacht haben. Bart schaut sich dann wiederum bei Chat-GPT mal was ab. Meta schaut bei beiden rein und baut dann noch Open Source mit dazu. Etabliert hat sich aber noch nichts so richtig. Dazu ist der Markt viel zu jung. Aber das heißt auch, dass noch nichts komplett reif genug ist, um all eure Probleme zu lösen. Jetzt stellt sich also die Frage, was heißt das für euch? Nach wie vor bleibt es natürlich wichtig, die Grundlagen als allererstes zu lernen, falls ihr gerade an dieser Stelle seid. Weiß ich nicht, wie man grundsätzlich programmiert, dann kann ich keine KI zum Programmieren benutzen, weil ich keine Fehler darin finden kann und sie keine fehlerfreie Ausgabe gibt. Weiß ich nicht, wie man agil arbeitet, dann bringt mir auch das neueste Framework überhaupt nichts. Weil die effizienteste neue Technologie ohne eine flexible und reaktionsfähige Arbeitsweise ihren vollen Nutzen gar nicht entfalten kann. Haben wir uns aber diese ganzen Grundlagen erstmal einverleibt, dann können wir diese Art des Arbeitens natürlich verfeinern. Was stört mich daran und was kann ich wie verbessern? Das bedeutet, wir überlegen uns, welches Framework wir nutzen, aber wir tun das nicht jeden einzelnen Tag in unserem Leben, sondern ein einziges Mal beim Erstellen eines Projekts. Anschließend bleibt das Projekt erstmal darin, denn wechseln dauert extrem lange und ist viel Arbeit. Und auch die Zeit, die wir zum Informieren brauchen, dauert wirklich lange. Zeit und Arbeit, die wir eigentlich auch nehmen könnten, um jetzt in unserem jetzigen Tech-Stack, der vielleicht ein bisschen ineffizienter ist, weiterzuentwickeln. Was ich dann aber ein bis zwei Mal im Jahr mache, ist zu berechnen, ob es sich vielleicht doch lohnen würde, ein Projekt komplett umzuschreiben auf einen anderen Tech-Stack und dorthin zu wechseln oder zu prüfen, ob es vielleicht leichte Wege in eine effizientere Arbeitsweise gibt. Ein gutes Beispiel hier ist Kotlin. Java-Projekte sind oft wirklich groß, also gigantisch, und die Kosten, das Ganze umzuschreiben, sind utopisch. Aber Kotlin lässt sich in bestehende Java-Projekte rein integrieren. Die Java-Basis bleibt, aber ich kann schneller Klassen in Kotlin schreiben und für viele ist das praktischer und ökonomischer. Aber wo passt da KI rein? KI ist massiv disruptiv. Sprich, sie hat das Potenzial, jeden einzelnen Bereich unserer Arbeit zu verändern. Netzwerk-Traffic-Analyse im Support, in der Entwicklung, eigentlich überall. Und trotzdem, ich würde euch aktuell nicht empfehlen, euch das alles einzurichten. Ihr könnt euch den Bereich der KI gerade als mehr oder weniger offene Forschung vorstellen. Alle posten etwas darüber, alle sammeln Feedback und versuchen dann bei den anderen und bei eurem Feedback was abzuschauen. Ihr könnt tatsächlich bei fast allen Tools sehen, dass sie entweder eine offene Beta sind, in der Feedback gesammelt wird, oder dass es nur Marketing-Blabla ist. Kurz zu diesen beiden Möglichkeiten. Wird Feedback gesammelt, also auch wie bei Chat-Gebiet hier einfach nur Daumen hoch oder Daumen runter, dann gebt ihr dem System dahinter die Daten, die es für Reinforcement Learning braucht. Reinforcement Learning ist Training anhand von Gewinnen oder Verlieren. Mehr dazu in dem eigenen Video zu Reinforcement Learning, das führe ich jetzt hier nicht aus. Und wenn es übrigens nur Marketing ist, dann sind die KI-Funktionen meistens relativ basic. Positionen im Mund bei Zahnbürsten beispielsweise, aber Groß-KI auf die Packung schreiben. Hier müssen wir uns auch wieder fragen, was genau heißt das für euch? Wenn ein KI-Tool wirklich etwas taugt und zwar in der Art, dass ihr es bei euch in den Arbeitsalltag integrieren könnt, dann werdet ihr das merken. Chat-Gebiet hat mehr als genug Buzz erzeugt, würde ich behaupten. Und die großen Firmen haben ein großes Interesse daran, dass ihr deren Tools nutzt. Die haben Marketing-Möglichkeiten und wenn es sich wirklich lohnt, darüber nachzudenken und vielleicht auch nichts kostet, wie etwa bei Stablecode und Co., dann versuche ich natürlich auch immer darüber zu berichten. Aber alles mitzubekommen, ich glaube, das können wir einfach aufgeben. Das muss gar nicht sein. Ich hatte übrigens überlegt, regelmäßig Vergleiche zu erstellen, also regelmäßig in regelmäßigen Abständen, einmal im Jahr oder sowas, bestes Tool für Python-Code-Generierung, Tierlist der Frontend-Frameworks etc. Und natürlich dürft ihr mir gerne immer wieder alles zusenden, sodass ich zu einer Art Hub- und Filtersystem für euch werde. Sagt mir da gerne mal, was für euch am nützlichsten wäre. Am Ende ist es aber für euch und für mich wichtig, dass wir eine Balance finden. Eine Zeit, um sich über technologische Neuerungen zu informieren und uns weiterzubilden. Macht es Sinn, beispielsweise X auszuprobieren oder Y bei sich zu integrieren. Eine Mischung aus Technologieübersicht und natürlich Deep Dives, damit man es auch überhaupt nutzen kann. Aber nur eine feste Zeit eben, zum Beispiel eine halbe Stunde am Tag. Denn genauso wichtig ist, dass wir immer noch die Zeit für das eigentliche, traditionelle Arbeiten reservieren und uns auch Freizeit zusichern. Denn sonst kommen wir übrigens zu gar nichts mehr und wir brennen einfach aus. Und Algorithmen wie der von Twitter mit seinen Haufen Bots, die alles tun für maximale Interaktionen, inklusive unserer FOMO, auszunutzen, das hilft nicht gerade dabei. Aber das ist Thema für den anderen Kanal. Danke. Danke. Danke.